So, willkommen zu einem weiteren Yu-Yu-Single-Duell diesmal mit Woody. Guten Tag. Er ist einer meiner Abonnenten und hat sich dabei, also bereit erklärt, gegen mich zu spielen. Selbstverständlich. Richtig. Und los geht's, ich beginne. Ich mache jetzt noch eine kleine Serie von Einzelduellen, weil das einfach so schneller geht für mich. Beziehungsweise, ja, halt so. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Es geht einfach schneller. Gut, ich beschwöre TG Kriegswolf im Angriffsmodus. Oh, fängt das schon mal gut an. Und ich beende meinen Spielzug. Ich werde jetzt erstmal die beiden verdeckt. Zwei Karten verdeckt. Ja, und beschwöre meinen X-Säbel-R-Bellon. Oh. Ja, ich mag den. Ich greife dich direkt an. Oh, oh. X-Säbel hatte ich eben auch. Und ich beende meinen Zug. Er beendet seinen Zug. Ich weiß nicht, was er da verdeckt hat. Aber erstmal Spezialbeschwören. TG Striker. Durch seinen Effekt rufe ich noch meinen TG Wehrwolf. Kriegswolf, besser gesagt. Warwolf. So. Und jetzt aktiviere ich meine Fallenkarte, bitte schön. Lass sie da auf der Hand haben. Hey. Bitte schön. Das ist aber nicht nett. Ich bin immer nur nett zu anderen Personen. Okay. Muss ich was Neues einfallen lassen? Ich bitte darum. Ich beschwöre es einfach im Angusmodus. Mach das dann halt so. Gut. Und Synchrobeschwörung Katastro. Das gefällt mir gar nicht. Ich greife deinen Air Bellon an. Genau. Und bende meinen Spielzug. So. Ich setze die verdeckt. Ah. Hm. Was mache ich jetzt? Gute Frage. Was willst du tun? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Was zum Teufel? Ich beschwöre ihn. Fullhelm Ritter. Beendest dein Spielzug? Ja, ich beende meinen Spielzug schon. Okay. Ich greife mit Katastro deinen Fullhelm Ritter an. Ja. Ach ja, stimmt ja. Du kannst ja einmal gut spielen. Ja, genau. Gendmann, ja, kennt man. Sollte man kennen. Oh, ich beschwöre ich noch meine Emmas Klinge. Oh, oh. Das sieht böse aus. Ich schwöre ich mein... Ah, wie nehme ich? Ich weiß es nicht. Ich schwöre ich mein X-Säbel. X-X-Säbel. Oh, oh. Du kannst zwei verdeckte Karten. Drei. Drei. Bis zu drei verdeckte Karten. Eins, zwei, das reicht. Ach so, nicht verdeckt. Das reicht schon aus. Verdammt. Oh. Bring ich mal deine Strategie ein bisschen durcheinander? Mhm. Greif dich mal eins an. Das ist aber nicht schlau. Ich habe den Spezial-Effekt vergessen. Oh mein Gott. Aus Federn lernt man immer so schön. Richtig. Aber ich bin jetzt mit der Karte noch verdeckt. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Richtig. Gut, ich beschwöre Eisbrote. Oder Messengelado. Dann kommt erstmal meine Fallenkarte. Bitteschön. Ich fass es nicht. Los Katastro, greif ihn an. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen Schaden gefressen. Ein bisschen Schaden. Ja, ein bisschen, aber nur. Das war 2002. Das Taschengeld ist ein bisschen. Das Taschengeld, sag ich mal. Was zum Teufel? So, ich schwöre mich. Noch mal meinen schönen Full Metal Mind. Full Metal. Ja. Gut, ich spiele diese Karte verdeckt und beschwöre... Oh, eine verdeckte Karte. Mein Hund. Mein Hund, okay. Attacke. So, einmal. Hm. Oh, aktiviere ich meine Falle. Spielzeug, spiele ich. E und E. Fanglos Modus. Fanglos Modus. Oh, oh. So, damit du den Effekt gleich nicht wieder aktivierst. Mhm. War das schlau? Nee, ich habe noch einen. Aha, okay. Weil alle guten Dinge drei sind. Oh, das stimmt. Was hat er jetzt vor? Er ist völlig wahnsinnig geworden. Also, ja. Ja. Ich überlege gerade, was nehmen. Ich überlege alle gerade, was Sache ist. Oh, alle drei für... XX Säbel Gottams. 3100. Ich nehme hier noch meine Zauberkarte. Und meine... 5 Monster wieder in mein Deck zu tun und zwei Karten zu ziehen. Ganz simpel. Ganz simpel. Simpel, pimpel. Ach doch, was tust du denn? Die wäre so ein Effekt. Oh, oh. Nein, nicht die. Ich schwöre, meine Zauberkarte weg. Oh, das ist ein Monster kutt gemacht. Ich kriege das der nächsten Zug wieder von... Ich kriege die spezielle Spürus gleich nochmal. Es gibt keinen nächsten Zug für dich. Hm. Es gibt für mich immer einen nächsten Zug. Attacke. Danke. Attacke. Danke. Attacke. Danke. Ach, scheiße. Attacke. Nein, ich habe nicht überlegt. Das war mir nochmal ein Fehler. Oh, okay. Woody. Ich habe es auf Wand. Oh, ja, Mensch. Gut. Ich bedanke mich natürlich bei Woody, dass er bei diesem kleinen Single-Duell dabei war. Bitte schön, bitte schön. Bitte schön, okay. Und Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Duell. Wahrscheinlich morgen. Also haut rein. Ciao, ciao.